Hallo mein Name ist Frank und ich darf euch in diesem Video die Datenstempel vorstellen. Die kann ich anwenden auf alle Bauteil 3D sowie auch Korpusmöbel 3D und sogar auch Volumenkörper jeglicher Art. Ich habe dafür einen Dachschrägen Schrank vorbereitet, der besteht aus einem Korpusmöbel 3D und einem Spiegel, den ich aus dem Bauteil 3D gezeichnet habe, sowie einen Schreibtisch. Die Arbeitsplatte ist hier auch ein Bauteil und die Stollen habe ich als Extrusionskörper gezeichnet. Damit die Datenstempel richtig funktionieren, müssen gewisse Daten lesbar gemacht werden bei den Bauteilen. Ich zeige euch das mal hier, indem ich das Bauteil aktiviere. Wenn ich jetzt hier unter Daten schaue, ist hier nichts geschrieben worden. Dann wird auch kein Datenstempel geschrieben. Damit das funktioniert, gehe ich hier einmal oben auf Interior Cut, gehe auf Bauteile und dann auf Objektdetails und hier gehe ich unter Bauteil Datenbanken und hake einfach mal ein paar Sachen an, von denen ich meine, dass sie wichtig sind für meinen Datenstempel. An der Stelle denke ich auch gerade darüber nach, ob man vielleicht nochmal ein Video macht, wie man sich den Datenstempel selber anlegt. Ja, es macht Sinn natürlich. Hier kann man auch die Systemschubkästen, Holzschubkästen und Sockel-Datenbanken aktivieren. Die brauche ich in diesem Video aber nicht. Jetzt mache ich mal OK. Der rechnet jetzt einmal kurz die Sachen durch und wenn ich jetzt das Bauteil aktiviere, dann kann ich hier unter dem Reiter Daten all diese Informationen ablesen, die der Datenstempel benötigt. Und hier stehen auch ganz viele Informationen drin. Also hier steht das Material schon drin, der Belag, die Kante und so weiter. Und diese Informationen, die hier stehen, die kann ich mir auch auf den Datenstempel ausgeben lassen. Was ich noch gerne mache, damit der Datenstempel vollständig ist, ist die Projekt-ID, Projektbeschreibung, Position und die Positionsbeschreibung mit anzufügen. Und das mache ich dann hier auf InteriorCut, dann Projektdetails und hier übertrage ich die Projektnummer, die von einer Branchensoftware zum Beispiel generiert wurde. Dann schreibe ich meinen Lieblingsnachnamen. Ja, es ist scheinbar mein Lieblingsnachname. Den schreibe ich da rein. Und das Bauvorhaben ist hier mein Wohnzimmer. So, dann nehme ich nochmal zwei Positionen da rein und sage, die erste Position ist der Kleiderschrank. Und die zweite Position soll sein mein Tisch. Okay. Jetzt muss man die Sachen noch zuweisen. Das heißt, diese Sachen hier, ich kann jetzt mehrere Teile aktivieren. Ich kann auch aus Versehen Bemaßung oder sonstige Teile aktivieren. Das spielt überhaupt keine Rolle. Also nur die relevanten Bauteile bekommen dann diese Information zugeschrieben. Dann gehe ich auf InteriorCut und sage Projektposition zuweisen und gehe hier auf den Kleiderschrank. Auswählen. Dann gehe ich hier jetzt auf das Bauteil und ich aktiviere auch bewusst hier diese Volumenkörper mit, um das nochmal zu demonstrieren, dass das geht. Projektposition zuweisen. Und das soll alles der Tisch sein. So. Wenn ich jetzt nochmal das Bauteil anklicke, kann ich hier noch mehr Informationen rauslesen. Also alles das, was ich gerade eingetragen habe, die Projekt-ID und so weiter, die tauchen jetzt hier auf. Das heißt, wir sind ready für den Datenstempel. Ich wähle den mal aus hier an der Stelle. Das ist hier unter Bemaßung Beschriftung. Und dann findet ihr hier den Datenstempel, den wir einmal aktivieren. Wenn ich jetzt hier drüber schwebe, möchte ich natürlich wild rumklicken, aber es funktioniert nichts, denn ich musste mir noch den Stil auswählen. Hier oben steht nämlich drin, dass noch kein Stil aktiviert wurde. Das öffne ich einmal. Und wenn ich jetzt hier das öffne, dann taucht auch bei euch direkt dieser Pfad auf. Vectorworks Bibliotheken geht in Datenstempel rein. Und dann wählt ihr bitte hier InteriorCut Bauteil Korpus Volumenkörper. Wenn ihr diese Datei aktiviert habt, tauchen hier drei Datenstempel auf. Und wir wählen den ersten. Der erste ist für freie Bauteile. Der nächste ist für ein Korpus Möbel. Also der gibt halt so globale Informationen über das Korpus Möbel an. Und der letzte ist der Volumenkörper. Ich nehme erst mal den Bauteil Datenstempel und drücke auf Auswählen. Und jetzt wird hier auch schon was rot aktiviert. Der Einfüge Modus steht hier normalerweise auf diesem ersten, auf dem linken. Weil ich natürlich aber schon gerade rumgeklickt habe, wurde der schon anders aktiviert. Ich wollte genau das demonstrieren, dass der normale Modus ist. Ich setze erst das Striftfeld und klicke dann das Bauteil an. Finde ich persönlich immer ein bisschen seltsam, weil ich möchte das Bauteil anwählen und dann den Datenstempel rausziehen. Und da ist er auch schon. Und wenn jetzt Informationen an dem Bauteil verändert werden, dann werden auch die sofort schriftlich dargestellt. Ich ändere mal hier jetzt den Bauteil Namen und dann sehen wir, dass wenn ich Enter drücke, auch sofort der Datenstempel mit aktualisiert wird. Das gleiche gilt auch für die Positionszuweisung. Wenn ich die jetzt nochmal ändere auf Kleiderschrank, dann schreibt er auch das sofort hin. Und das macht er nicht nur hier in dieser Konstruktionsebene, sondern auch im Layout-Bereich. Und das ist wirklich cool, denn da möchte ich euch zeigen, wie der Datenstempel eigentlich am besten funktioniert. Denn man sieht schon, wenn man das schräg kippt und irgendwie darstellen will, dann ist dieser Datenstempel nicht mehr lesbar. Also ist er in der Konstruktionsebene eher für schnelle Screenshots oder sowas nützlich. Das heißt, ich mache einen Ansichtsbereich und dann sehen wir uns gleich im Layout wieder. Ich habe mir hier eine schnelle Ansicht generiert und mache mal einen Linksklick drauf und gehe auf Ergänzung bearbeiten. Dann schnappe ich mir hier meinen Datenstempel und beschrifte hier an der Stelle alle Sichtteile. So ist zumindest meine Vorgehensweise immer gewesen. Denn dann ist es leichter von der Beschriftung her. Man muss halt zusehen, dass man hier alle Fronten irgendwie erst macht. Dann würde ich sagen, den Sockel, dann die Blenden. Ihr versteht, was ich meine. Also auch die Tischplatte können wir jetzt hier nochmal beschriften. Die Stollen gehen noch nicht. Das machen wir später, weil das sind ja Volumenkörper. Das wäre hier für die Übersicht für die Fronten schon mal ganz wichtig, das herzustellen. Und ich gehe dann nochmal noch hin und dupliziere das Teil. Und wähle hier die Klasse Tür. Und sage, dass sie ausgeblendet werden soll. Aktualisiere das Ding. Und jetzt habe ich einen wunderbaren Einblick hier in das Innere des Schrankes. Und da beschrifte ich weiter. Da kann man jetzt sich überlegen, wie man die Reihenfolge hier macht an der Stelle. Ich mache jetzt hier mal alle Böden untereinander. Dann kann man hier zum Beispiel alle Rückwände in einer Reihe schreiben. Sodass sich das auch vom Lesen her relativ angenehm findet. Hier alle Rückwände, hier sind alle Böden links und so weiter. Also könnt ihr euch selber überlegen, wie wir das machen. Genau, das war schon mal ganz gut. Dann zeige ich euch nochmal eben schnell den zweiten Datenstempel. Dafür gehe ich wieder mit dem Rechtsklick in die Ergänzung rein und wähle hier den blauen Kollegen aus. Der heißt Korpus, Position und Größe. Der ist, ich zeige es euch mal eben schnell und dann erzähle ich was dazu. Der ist in diesem Beispiel jetzt nicht so ultra hilfreich. Aber dennoch, man kann die Positionsnummer, die Positionsbeschreibung, den Korpusmöbelnamen und die Höhe, die Breite und die Tiefe ablesen. Und ich sehe die Stärke von diesem Stempel eigentlich eher in einem anderen Beispiel. Ich denke da gerade an eine Küche zum Beispiel, wo man mehrere Schränke hat, die man betiteln möchte. Weil die Positionsnummer natürlich auch dran steht, kann man halt diese Überkategorien halt dann ganz deutlich darstellen. Wo ist Position 1, wo ist Position 2 und 3 und so weiter. Dieser Datenstempel ist halt für ganz grobe Übersichtszeichnungen perfekt. Dann zeige ich euch jetzt den letzten Datenstempel, der ist auch noch interessant. Während meiner Zeit als Tischler habe ich dann zunehmend gemerkt, dass es wichtig ist, allen Teilen, die für ein Projekt benötigt werden, irgendwie einen Namen zu geben oder sie zumindest aufzulisten oder sonst wie. Und wenn man viel mit Bauteilen und Korpusmöbeln arbeitet und diesen Fertigungsautomatismus anstrebt, dann bleiben genau diese Objekte auf der Strecke, die halt keinen Namen gekriegt haben. Ich meine, bei diesem Schreibtisch wird wohl niemand diese Stollen vergessen werden. Das ist ja ziemlich markant und von drei Teilen würden zwei fehlen, wenn man sie nicht baut. Aber es könnten ja auch andere Objekte sein, wie kleine schmale Zierleisten, die eingefräst werden. Kleinere Objekte, die völlig unscheinbar irgendwo dranhängen, man aber trotzdem den Ding an einen Namen geben will. Eine Größe, eine Materialität oder sowas. Nur damit sie halt in einem Layout wirklich erfasst werden. Genau das behandelt dieser Datenstempel für Volumenkörper. Und ich zeige euch, wie ihr den für diese Stollen zum Beispiel hier anwenden könnt. Geht er zurück in die Konstruktionsebene. Wir markieren die beiden Stollen. Und wir müssen diesen beiden Stollen jetzt hier eine Datenbank zuweisen. Und die findet ihr genau an der Stelle, wo auch die Datenstempel liegen. Das heißt, wir müssen hier einmal händisch den Weg langlaufen. Die Datei findet ihr unter Vectorworks Bibliotheken. Dann unter den Objektvorgaben. Hier ist ein Ordner, der heißt Datenstempel. Und da markiert ihr genau die Datei, die wir gerade hatten. Und wenn wir jetzt hier unser Zubehör auf Datenbank sortieren lassen, dann taucht auch wirklich nur die Volumenkörper-Info auf. Machen wir Zubehör komplett. Sehen wir halt an der Stelle alle Sachen, die hier drin liegen. Und hier seht ihr auch unsere Stempel. Das heißt, ich mache hier einmal einen Rechtsklick und sage Importieren. Genau, die Struktur können wir so beibehalten. Und jetzt haben wir unsere Datei. Das heißt, die müssen wir zuweisen. Und hier sagen wir Datenbank verknüpfen. Wir gehen auf unsere Datei und sagen Volumenkörper-Info und wählen es aus. Die Felder sind alle leer. Das heißt, das Schlechte ist, ich muss alles händisch eintragen. Das Gute ist, ich kann gleichartige Objekte gleichzeitig beschriften. Also wähle ich beide Stollen gleichzeitig an. Und sage hier an der Stelle, ihr seid die Position Nummer 2. Ihr seid der Tisch. Und der Bautanname soll Stollen sein. Ich kann natürlich jetzt bei dem einen noch links und rechts dahinter schreiben, damit das klar ist. Und das Material soll irgendwie tiebler sein. Ich kann halt völlig frei entscheiden, was es sein soll. Boni Eiche mache ich mal. Und man könnte noch Lack dazu schreiben. Man kann diesen Datenstempel natürlich auch noch erweitern. Ich wollte euch ja eventuell noch ein Video machen, in dem ich euch zeige, wie ich den Datenstempel bearbeite und verändere. An der Stelle reicht mir das aber erstmal. Ich gehe wieder zurück in Layout rein und wende mal meinen Datenstempel an. Da muss ich auch gar nicht aktualisieren, diesen Ansichtsbereich. Ich gehe einfach auf Rechtsklick, Ergänzungen. Dann wähle ich hier den Datenstempel aus. Und ich wähle jetzt hier den letzten Datenstempel für Volumenkörper aus. Drücke auf Auswählen. Und ihr seht, das Ding ist scharf gestellt. Er erkennt diesen Volumenkörper. Diese Bauteile erkennt er nicht. Das heißt, er sucht wirklich nach diesem Datenbankeintrag. Und dann kann ich einfach diese Information hier rausziehen. Und ich finde, das ist eine tolle Methode, um allen Dingern hier einen Namen zu geben und eine Materialität. Und vor allem, was wunderbar ist, dass die Größe hier automatisch abgelesen wird von der sogenannten Boundingbox. Das sind sozusagen die absoluten Außenmaße, die der Volumenkörper einnimmt. Und die Infos sind da, gehen jetzt nicht unter. Und wenn die Absprache mit der Fertigung soweit geklärt wurde, dann sollte irgendwann auch verstanden werden, dass alle schwarzbeschrifteten Teile den normalen Automatismus ablaufen, durch die Plattensäge etc. Und alle grünen Teile sind Sonderlinge, die dann halt besonderen Weg irgendwie durch die Firma laufen müssen. Dann ist das eigentlich schon von einem Ablauf her klarer für jeden. Also grün ist sofort Alarm, da muss irgendwas Besonderes passieren. So, das war es eigentlich schon. Ich habe euch alle drei Datenstempel vorgestellt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und es hilft euch bei eurer Sortierung und dass die Aufträge sauber durch die Firma laufen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!